Herzlich Willkommen in den Drakons YouTube-Channel und zwar, ich spiele heute wieder mal in Warhammer 40.000 Space Marines, habe ich schon lange nicht mehr gezockt und da haben wir aber noch nie ein Video gemacht und das machen wir jetzt mal wie ein kleiner Pisser, ich spiele es auch vielleicht, ich habe es urlang nicht mehr gezockt. Das ist so ein Rollenspiel und da gibt es halt viel, was mit den Kosten ankam. Oax, die sind immer so süß. Das ist so süß. Entwisubi... ...Protator... ...Predator... Also jetzt mal im Vorfeld für euch diejenigen, die... ...kein Blut sehen können, ja, das wird dann leicht kritisch. Das ist ein bisschen Blut sieht man schon hin und wieder. Das ist nicht so tragisch. Da kommt doch schon der Predator. Da ist er schon. Er porniert neben dem Hirn, dass er besser denken kann. Die Orks haben die Armee in der Fabrikwelt vernichtet. Und sie haben die Planetaren Verteidigungswaffen. Schlau von den verdammten Orks. Er hält uns von ihnen fern, während sie die titanen Kriegsmaschinen haben dürfen. Suche böse Leute. Pilot, Bericht. Schneuerbausantrieb ist tot, Sergeant. Wir verlieren an Höhe. Schiff in Sicherheit bringt. Wir finden einen anderen Weg. Wohl geil synchronisiert. Überhaupt kein Fehler. Das ist Ihr Plan. Das ist Ihr Plan. Der Kapitän. Klar. Diese Aktion entspricht nicht dem Codex Astatis. Also wenn Sgt. Wir stanzten Liedern entziehen, das muss man sich auch überlegen. Mit der Blinde dahinter hat er zwei Korb BAM BAM Der Sergeant wird euch da gleich mal an in die Goschen hauen Der Sergeant hat keine Fremde, der sauft alle unter den Tisch, ja fügt dich! Aus den Ring geschmeißt! Komm her, der Tütenkopf! Ohlala! Ohlala, so ein schöner Tag! Ohlala! 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 Mein Energieerflöner, Alter. Huch! Geh mal her damit! X und Y, okay. Ja, aber du als erst, Alter. Du als erst, Alter. Ja, aber du hast ja immer mehr. Ja, aber du hast doch. Wie geht's? Ja, der schreit, Alter der. Und da sind doch! Oh, ich hab mal aufgenommen. Jetzt greifen wir da einmal hin und schauen, was dabei rauskommt. Hey, schaut euch das an, da könnt ihr mal gewaschen, da ist ein Fleck. Und dazu die Musik von Titanic. Ja, und jetzt müssen sie nur wen in den Schlüssel zuschmeißen. Da bitte eh parken. Checkt einmal ein. Wirkliche Schutzschüter. So, dann machen wir jetzt ein paar ausempfangenen, das ist nix. Peace, Leute.